Also es wird reingefeiert. Ja, wir haben ein bisschen was zu trinken organisiert. So, wir haben hier feinsten Mehl auf jeden Fall. Was machen wir jetzt zuerst? Genüsslich trinken. Ja, na dann los. Ich dachte wir schießen uns ab, bis wir alle sterben. Na ja, vom Quatschen wird das jetzt aber auch nicht. Dann wollen wir Mehl trinken. Ja, auf den habe ich irgendwie Bock. So, Alter. Okay, warte, ich habe hier, warte, ich habe uns Becher mitgebracht, oh nee. Scheiße. Nee, das sind feinste Kaffeebecher, die müssen wir verwenden. Ich habe übrigens für euch alle eine Überraschung, dass ihr heute erschienen seid. Ah, jetzt regnet das. Scheiße. Oh nee. Ja, fuck. Ja, müssen wir dann unter die Haltestelle gehen. Ja, ich packe trotzdem erstmal aus. Also die Mehl-Szene will ich jetzt drehen. So, hier haben wir Don Enrico. Die sind ohne Dip, dass ihr schön Durst bekommt. Das ist die Chili-Version. Ich bin Neurotiker. Ja, ich bin auch Neurotiker. So, hier haben wir noch eine Tüte Don Enrico. Ah, hier, du siehst es auch. Das verträgst du schon. Genau. So, hier haben wir jetzt noch den Pfeffi. Achso, nee, wir müssen ja gleich rüber. Okay, das ist für ein Flötmann dann. Ach, die Tür. Er kommt echt? Ja, ja. Mit dem Professor Doktor Bernd Hintert. Alter, hei. Ja, so, jetzt können wir mal anfangen hier nach dem Einleitungsgequatsche. Wer trinkt? Mit mir? Alle, verdammt nochmal. Achso, alle, ja. Na dann, hier, nehmt euch mal was. Ja, so. Oh, nee, jetzt schifft das gleiche, fuck. Julius, wir müssen uns beilen. Hast du ein Met? Ja, ich bin ein Met. Muss das so rum einstiegen? Ah, krass. Da wird ja keiner mehr stehen. So. Alter, heute stehen wir wirklich nicht mehr. Ich hoffe, es ist so sehr. Sorry, sorry, das ist ein Faschista-Kandidat. Ah, ich trink schon mal in der Aufnahme. Danke für die Latte. Ja, ja. Prost. Hier siehst du, das schwappt so süßig im Abgang. Oh, Junge. Ach, so, ähm, ich öffne jetzt. Was ist das? Äh, präsent vom Max. Nein, die Gläge ist auch mal. Alkohol, Fleischbrot. So. Okay, ganz ruhig. Okay. Ja, ja. Okay, da haben wir auf jeden Fall etwas im Angebot. Oh, Alter. Ach, hier, 17.05. Ja, Max, vielen Damen. Und, äh... Weißt du, was es ist? Nee. Dass ich ihn glücklich mache. Geil. Aber nicht alle verändern. Na ja, äh... Ach, die Brau. Ja, ich, ich... So. Ach, ih, was ist denn das? Ach so. Ja, was zum Fick. Das sind ganz viele Schnäpse, die kann man alle trinken, aber das Gleiche ist abgelaufen. Ach so, ja, ja. Ich weiß, am 17.05. Ach so, das geht noch. So. Okay, hier haben wir Schnäpse. Hier haben wir haufenweise Schnä... Alter. Auch die Spritze dort. Wie bitte? Wie bitte? Und irgendwelche Fragen hast, einfach stellen auch nicht mehr. So, und das? Dann musst du drücken, dann kommt der Schnaps raus. Nicht auf die Maul. In dein Maul. In dein Maul. Okay. Ach so, Maul, ja. Na ja, klar. Was denkst denn du? Das ist 18.08. Das ist 18.5. Ja. Ich hab zwei Spritze abbekommen, aber es ist köstlich. So, die Eintrittskarte ins Party. Was ist los? Hier ist Lakritz dabei. Ja, genau. Okay. Auf ein weiteres Jahr voller verrückter Schandtaten. Bei so vielen Bekloppten auf der Welt sollte es sein Ziel sein, nicht irgendwann doch noch normal zu werden. Gay! Alter, junge Grundgesetze. Und Harry, wo ist's? Ach ne? Jetzt sind die offen. Scheiße. Ja, jetzt muss ich die jetzt essen. So, es geht direkt weiter hier. Im Karton. Was für eine Pause macht ihr jetzt? Boah. Ja. 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 Ja, greif zu, greif zu. Ja, ist jetzt hier. Ja, ist jetzt hier. Kommt. Wo bleibt denn jetzt die Musik? Ja, noch mehr. 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 Ja, so. Ja, da muss erst recht saufen. Ja, da muss weg. Ja, da muss weg. Prost, Charlie. Ach so, ich hab so viel in der Hand. Prost. Prost, Prost, Prost. Auf den 38. Geburtstag. Oh, ja. Na, groß. Er hat dann geheser der Schau geteilt. Ja, das schmeckt ja ruhig. Boah. Huh. Geht. Der Gamel ist ebenfalls heftig am Mitfeiern. Ja, klar. 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 Ja, Warte, ich stehe so mit der Rest nicht bei ihm gab ihn. Einfach warten auf den Problem. Ah, I come here. Der kommt früher. Der kommt früher. Der kommt früher. Die kommt früher. Oh, das ist früher der Ausströmung. Hast du dich? Hast du dich? Hast du dich? I come here. Oh, nein. Vorsicht, Vorsicht. Hallo. Hallo, Leute. Es ist doch ein Feiertes Tages. Alter! Junge, 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 ich liebe dich, Junge, ich muss erst mal... Um Gottes Willen... Ja? Ja, ist einfach der Beste, Alter. Obwohl der Frauenstecher Gino so... Ja, ich muss wieder sagen, dass ich ganz Restrennen da noch buchteig sein will. Ja, hast du eine Flöte für heute Abend? Junge, Flöte! Nein, hallo, hallo, hallo! Wir wollen noch ein paar Jahre Freude haben, wir haben... Ja... Du hast das gerade nie ruhig gesuppelt... Bier, Bier, Bier! Einst schnell zu feiern, also... Junge, mir fehlen wirklich die Worte... Kannst du dir das mal aufsetzen? Was ist das? Na, das habe ich von dir... Wie, ist das so hässlich? Ja, doch... Ich? Mit beiden Beinen... Mit beiden Beinen... Mit beiden Beinen... Ja... Na Gott... Geil... Ich habe mir was reingeschissen... Wo ist das Glück? Drei, zwei... Auf den Ursa... Wie ein Darm... Ich bin staatlich geprüft, ich darf das... Schönen Geburtstag noch... Schönen Geburtstag noch... Was hast du hier an der Nase? Ich habe... Irgendwie bin ich gewaltsam aufgewacht... Ich weiß es nicht... Wahrscheinlich war es Kampf gegen mich selbst... Ich weiß es echt nicht mehr... Keine Brandstiftung hier, hallo! Ach so... Ach so, erst nach um 8 Uhr... Ich komme gleich... Nächstes Mannschaftswagen! Flöte, ich habe einen Zungenreiniger... Streck deine Zunge aus... Das ist gut... Kennt ihr das doch? Keine Ahnung nicht... Oh... Ah... Es gibt auch Netto... So... So Frau Fahrer... Ja? Bist du mal? Was muss ich tun? Na die... Einfach deine Zunge da durchstecken... Nee... Ich habe schon meine Zunge zu viel überall gehabt... Recht in die Nase... Also das Deckel... Ach so... Warten wir auf Anstoß... Nicht Ego... Ach komm... Ein Schwein trinkt allein... Nein... Fette Schwein... Die schmeckt mittlerweile nur noch... Absolut krass... Ja... Es ist wirklich schlimmer als... Es ist ja schon wieder mit der Kamera hier... Junge... Es muss mehr gestoppen werden... Los jetzt... Kümmerling... So... Ja... 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 Junge... Was ist denn das... Warte... Kümmerling Peppi... Ja... Kümmerling... Prost... Kümmerling... Kümmerling... Füll die Gäste ab... Ja... Kümmerling... Möge ich mich kümmerts nicht... Kümmer Peppi... Du bist ja sogar besser als denn... Ante Peppi... Garmeh... Wir haben für den Vlog nicht gesehen... Wie du trinkst... Da musst du noch einen nehmen... Das... 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 Junge... Alter... Los jetzt... Es muss gesoffen werden... Hallo... Ich bin hier um euch saufen zu sehen... Ich bin hier mit euch... Wer muss unterschritten... Jawoll... Heute will ich noch eine Rischfette mit dem wegnageln... Oh... Aber das Gute ist, dass mein Pimmel nicht zum Einsatz kommt... Und nur diese Faust... Oh ja... Für den Vlog vier Paare Muddys melden... Danke... Flöte willst du auch? Das ist natürlich die freie Entscheidung... Also... Ich bin letztens... Ähm... Habe ich drei Flaschen Schnaps getrunken... Und dann den Kopf geraucht... Und bin in einem Badezimmer voll Blut aufgewacht... Also... Nein... Bitte nicht... Oh... Junge... Okay... Ja... Einer muss für die Flöte mit saufen... Ja... Einer muss für die Flöte mit saufen... Film bitte in Merch... So... Komm Max... Der kommt doch grad frisch aus dem Box... Mach mir auch mal einen... Das hab ich schon gemacht... So... Frisch aus Leipzig... Ey... Und was wetten wir, dass du dein Geburtstag hier alle hilfst... Ach... Ich wette auch meinen Arsch... Gott... Mit Urlaub... Jetzt habe ich besoffen, ohne gefilmt zu hören... Jetzt bin ich gar nicht besoffen... Ja... Da musst du noch einen trinken... Nee... Na komm... Dann los jetzt hier... Ich muss Statement setzen... Genau deswegen musst du doch trinken... Ich muss Statement setzen... Ach komm... Alter... Hier... Der war voll... Das stimmt gar nicht... Hä? Ja... Der war voll... Nein... Du hast ihn grad nicht getrunken... Hä? Doch... Klar hab ich grad getrunken... Hier ist doch noch was drin... Was ist denn da los? Sag mal... Ja... Nein... Hab ich nicht... Hä? Was? Oh ne... Oh fuck... Fuck... Scheiße... Ich bleib jetzt einfach hier... Oh ne... Oh ne... Dort fahren sie... Alter... Okay... Gut... Es kann weitergehen... Oh ne... Die drehen um... Oh ne... Die drehen um... Das ist der Krankenwagen... Das ist der Krankenwagen... Das ist der Krankenwagen... Alles gut... Oh ne... Der Onkel... Oh ne... Oh ne... Oh ne... Wir leben heute in echt wirklich schwierigen Zeiten... Ja... Nimm noch einen... Komm ich dring auch noch einen... Und immer einen Schritt vorher raus sein muss... Kannst du mal den bitte hinterm Baum sind? Die Wand bitte... Ja bitte... Nein der da... Guck mal... Ne ne... Hier... Ja... Blöten... Der will nie... Blöten... Oder vielleicht doch... Alter... Oh Junge... Alter... Was zu dick... Okay... Alter... Jetzt... Darauf brauche ich auch noch einen... Oh nein... Meine Beschütte... Oh nein... Komm Elias... Los... Trink mit mir jetzt den letzten... Ich hab doch... Los auf... Er... Wie nennt das... Er... Oh mein... Du Schwanz... Heute wird sich flüssig ernährt... Warte... 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 Was... Was... Hier... Du den letzten... Los jetzt... Hier... Die Aufnahme... Die Szene geht schon vier Minuten... Los... Los... Servus... 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 Jetzt kommen ja wirklich die Bullen... Jetzt ist... Hab ich alles verloren... Oh nein... Komm aber nie wegen uns... Echt nie... Oh nein... Oh nein... Es ist eine Stunde... Des Reinfeierens... Vergangen... Und... Das ist... Der Wachs... Der hängt schon da... Alter... Was los? Kommt... Warte... 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 Alter... Warte... 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 Nein... Seit dem Med... Ist mir schlecht... He... Ich vertrag den Med einfach nicht... Aber ich will es dünn behalten... Weil ich... Mein Essen sonst auskotze... Und das wäre schade drum... Weil ich habe mich vorhin hingestellt... Und gekocht... So... Vlog oder Story? Halt dein... Geiles... Fickmaul... Und... Exes... Achso... Naja... Das war ich... Das war die Szene... Erinnerst du dich noch an das Video... Als... Nie so Felschüttel... Nie so Felschüttel... Was... Ey... Ich erinnere mich an was? An das Video... Als ich auferstanden bin... Junge... Hast du dich geschnitten? Etwas... Das tut mir leid... Mit einer... Holz... Brauchst du eine Bluttransfusion? Ich brauche dein Sperma... Das ist nicht möglich... Na... Warum? Ne... Blaues Blut... Was? Blaues Blut... Als Geburtstagsgeschenk möchte ich einfach nur... Dass du mich fixt... Das geht noch nicht klar... Warum? Weil wir noch... im Außenwelt... in der Außenwelt stehen... Junge... Ich habe genug... Änd heiß gesehen... Um zu wissen wie es weitergeht... Ich will dich ficken... Ja... Nee... Die Flöte... Ich halte ihn nicht... Ich halte ihn in echten Flöten... Jawohl... Aber jetzt wird er gefickt... Jetzt wird er gefickt... Ja... Jetzt wird er gefickt... Das ist das special. Genau, das will ich sehen, das ist für mich das allergrößte Geschenk. Jede Alkohol-Aische ist ein Bonus. Der Prof. Dr. Bernd Hinderth säuft den Mehl. Möchte jetzt noch jemand ein bisschen Mehl? Ja. Ich frage noch. Kann ich es mitnehmen? Ja, klar. Und wie schmeckt der Mehl? Ja. Geht. Hint ihr da mit jetzt? Du wiegst 120 Kilo, Alter. 135. Ich ziehe einen Hut für den Mann, Alter. Wegen dem Mehl habe ich gekotzt. Wann habe ich das letzte Mal gekotzt? Zu deinem letzten Geburtstag? Echt? Ja, da haben wir beide in Hüte gekotzt. Geil. Und heute ist das erste Mal seit einem Jahr genau, dass ich gereiert habe. Wegen dir. Und das finde ich gut. Ich brauche auch noch Mehl. Du brauchst Mehl? Ja. Du brauchst das Mehl in deinem Arschloch mit seinem riesigen Schwanz. Warte mal, ich brauche auch noch Mehl. Ich brauche auch noch Mehl. Du brauchst nie einen Becher. Halt den Becher, ich gieße dir. Corona mit. Ja, warte mal. Aua. Junge, oi. Ey, Max, das muss ich jetzt trinken. Blöden. Ich liebe dich. Ich werde sterben, Alter. Wenn du nie reierst, dann warst keine Feier. Kindling. Ich werde verrecken. Ich will mein Mittagessen zurück. Ach so, ach so. Ich bin verfickt schuld auf dich. Du darfst aber nicht vergessen, dass der Mehl elf Prozent Alkohol hat. Der hat elf Prozent. Darf du nie, bin ich eh wieder raus. Danke. Jamil, du bist der größte Held, den ich kenne. Ich habe gerade gereiert. Ich weiß, deswegen. Moini, komm mal her. Na Moini, wie gehts dir? Jetzt bleiben wir mal stehen. Ich habe was für dich heute gemacht. Oh. Oh. Ach so, fuck. Ja. 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 Alter, Kaffee. Ach, deswegen hast du mich gefragt, was ich für Kaffee trinke. Alter, geil. Und geil. Junge. Bitte schön. Geil. Joghurt. Lass es dir schmecken. Dankeschön, Moini. Ja, bitte. Komm mal her. 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 Ja, hallo. Jawoll. So. Was denn? Geile Spalte. Hast du den Max gehört? Die wollen deine geile Spalte sehen. Ja. Ja. So, die Moini trinkt jetzt einen Febi hier. Freie. Freie. Wer zu spät kommt, muss auch holen. Okay. Ich kann auch nicht mehr. Du schaffst das. Im Steam hast du 25 geschafft, Alter. Das geht. Dennis. Ich bin hier komplett überfordert. Das geht. Wie ist jetzt? Bitte nicht. Was? Nein. Nein, bitte nicht filmen. Wer soll mit die Fresse einboxen dafür? Nein, ich kaputt. Wer? Mein Vater. Okay. Das war Satire, Bruder. Ja. Ja. Okay, okay. Ja, dann trinken wir. Komm, wir müssen Febi trinken. Ich trinke jetzt einfach mal. Es ist schon leer. Warte, hier. Hier. Hey, du Wichser. Komm, komm, komm. Komm. Über diese verdammte Schander. So. Auf geht's. Die Kacke muss gewichst werden. Gewichst bis zum geht nicht mehr. Gewichst bis zum geht nicht mehr. Oh, Alter. Voll auf mich drauf. Junge. Oh. Lukas. 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 Nein, nein. Hier ist dein Geistesgang. Er ist jetzt hier. Komm. Immer rein in die Rübe. Immer rein in die Rübe. Äh. Ja, ja, warte. Ich trink aus freien Stücken. Hast du Aids? Ja. Auch. Und Corona. Ja, dann sollte ich hier die Flasche mal desinfizieren mit meinem vollgefickten und vollgeranzten T-Shirt. Einfach mal saufen. Schmeckt gut, oder? Schmeckt gut. Oh. Gib sie mir nochmal. Du bist unscharf. Schmeckt gut. Gib sie mir nochmal. Warte mal, warte mal. Ich bin hier und hier jetzt. Oh. Oh. Oh, das ist das Widerliche. Oh. Junge. Jetzt noch du, Cino. Ich hoffe, wir machen es jetzt her. Der Cino, hau dir jetzt weg. Oh, die Kacke. Cino, hau dir weg. Hau dir weg. Junge. Komm. Du musst kämpfen. Lucky. Max, schnell. Kämpf. Max, komm her. Kämpf. Du musst kämpfen. Du musst einmal noch kämpfen. Unschlob mehr, und ich katz. 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 Komm, Alter. Die Rest. Alter Junge. Komm, komm. Die Rest schaffst du noch. Oh je. Ich die Rest. Oh je. Jetzt bekomme ich bestimmt AIDS. Mach sie weg. Ach so, mach sie weg. Weg! Ja! Junge! Junge! Wichser! Was wollen wir alle? Ich und der Gino! Ich bin der Ärger mit meinem Schwanz! Mit meinem eingeölten Schwanz! Ihr seid Wichser, Alter! Ihr seid so wie ich! Das sind wir definitiv Wichser. Ja, ja, du Bastard warst das, ich fick deinen Arsch. Der Mann ist zwar machtvoll und sehr, 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 sehr mächtig, aber sein Darm ist eng. Und das werde ich ändern. Ah ja, unbedingt. Nein, du hast drei Töchter mit meiner fetten Schwester. Alter, das soll unter uns bleiben, Max. Ja. Ja. Geh mal her. Komm, Alter. Flötenmann. Flötenmann, dein Flötenmann. Auf deinen eigenen. Auf deinen eigenen. So was sollte man nur machen, wenn man Reisverfüß hat. Was? So was sollte man nur machen, wenn man Reisverfüß hat. Nachts kann ich besser Flöte spielen. Ja. Auf. Das ist nicht wichtig. Spiel, Spiel. Die Flöte. Nimm das Pflaster ins Maul. Warum ist da überhaupt ein Pflaster? Hä? Hier willst du mein Pflaster auch. Das ist ein Pflaster. Wofür ist denn das da, Alter? Warte mal. Die Pflaster. Ja. Ja, ich hab da drinnen eine gute Schnitt. Ja. Oh, Alter. In dem Mann hab ich 2017 in Leipzig einige Nutten weggeguckt. Alle. Wenn ihr Bock habt auf zwei Schwänze, die die ganze Nacht stehen, dann schreibt uns. Verfickt nochmal an, Alter. Ja. 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 Ja, ja. Der Mann braucht dringend ein Heineken. Enrico, Pflasterle? Die wösten Brüste. Ja, ja. Du wösten Brüste. Der wollte mich schon bringen. Ja, wollen wir! Alles Gute, Enrico, weil heute dein Geburtstag ist und haben wir uns gedacht, wir holen dir noch ein paar Bier, damit's auf der Letzte ist. Fick die alte Schuhe. Fick meine Mutter. Gerne. Das Schwein. Wo ist denn das Schwein? Das Schwein. Das Schwein. Das Schwein. Das Schwein. Los. Ja, bin ich. Ja. Hier, lass es gut gehen. Ist nicht okay. Moni. Was? Nein, du hast genug. Was habe ich? Genug gesoffen. Genug gesoffen? Ja. Meinst du es ernst? Nein, eigentlich nicht. Wie viel soll ich noch saufen, Moni? Nein, nicht mehr trinken. Pass auf meine Augen. Wie viel soll ich noch saufen, Moni? Nein, ich will nicht. Wie viel soll ich noch saufen? Ein Bier. Ja. Ein Bier. Ja. Ja, scheiß Uhr. Was ist denn zur Kästen? Jawoll. Um Gottes Willen, das wird man jetzt nicht. Ja, kein weiter. Das wird der Ende des Vlogs. Wie ist das aufmachen oder soll ich sagen? Das wird der Ende des Vlogs. Das wird das Ende des Ficks. Das wird das Ende des Vlogs. Komm, wir gehen zur Moni. Hey, komm. Wir gehen zur Ende des Moni. So klar gehen wir jetzt. Los, jetzt begatte sie. Du musst sie begatten. Moni, bleib mal hier. Moni, bleib mal hier. Die Riese ist das Bier. Warte mal. Auf die Moni müssen wir Rücksicht nehmen. Moni, wir müssen auf die Rücksicht nehmen. Das ist eine Feuerhose. Kannst du mal kurz zu uns in die Gruppe kommen? Kannst du mal kurz zu uns in die Gruppe kommen, bitte? Ja, ich will bloß das Bier. Der Max, der will richtig englisch. Soll ich den Max schlagen? Warte mal. Soll ich den Max schlagen? Nein. Doch. Der will richtig stress. Der hat mich gejuggelt. Ich will bloß, dass du mit in die Gruppe kommst, Moni. Komm mal mit. Ja, dann komm mal mit. Komm mal mit. Ja, damit ich den Max verbunden muss. Nee, kommst einfach nicht grobe, damit wir was aufhören können. So, stopp. Jetzt können wir das Bier echsen. Moni. Moni, komm her. Komm her. Komm her. Aber ich echse dich. Komm, du echse dich mit. Ja, so gibt es keine Echse hier. Komm. Jo, los und echse. Max, Torebier. Jawoll. Hey, hey, hey. Hey, was heißt hier? Nein, Alter. Das ist fein. Du musst n' Choco hier machen. Sie geht nach Hause. Oh, ich hab's für nicht geschafft. Hey, Froni. Willst du mich da einfach fallen? Willst du mich fallen, wenn du ein Problem hast? Komm, los. Ja, du macht wir das vier. Nee, Athlet missed. Vamos dr Paschen. Jaję, ich hab's mit. Warum macht du das? Warum muss ich Jan? Warum maange du ich hier? Na claro. Michaa, einer. Nejaa. Mensch, Händer. Was machst du denn hier? Warum bist du schon dicht, Alter? Das war nicht mal nur, wo du schwankst. Was soll denn das? Was soll denn das? Hör uns auf doch mal. Ich seh dich nicht saufen. Aua! Der Superficker möchte meinen Gürtel haben und dafür will er was echsen. Den Deal geh ich gerne ein. Ach so, okay. Hab ich gewonnen? Nein, noch nicht. Der Gürtel ist voll. Nicht so voll, Alter. Noch mal schriftlich für die Kamera. Wer gehört dir, wenn du das echst? Ich will den Gürtel haben. Ja, echst er schon. Halt's Maul, das ist ein Geschäft. Keine böse Wörter. Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin, um die ganze Kacke rauszuschneiden. So, jetzt gehört der Cordillier. Das ist endlich ein Geschäft, um der Blut zu schickern. Im Leben schon schrieben, gibt es den Gürtel auf jeden Fall gefüllt und dann am Ende leer. Was ist denn hier drin? Nicht so würgen, Mensch. Nein, nicht. Das ist nur der Gürtel. Meine Haare sind klatschnass, du Fotze. Der Mann fällt. Aua! Aua! Vorsicht, Busch! Vorsicht, Fahrrad. Aua! Vorsicht, Boden! Vorsicht, Salbt! Schatz! Ich bin grundgütiger. Aua! Alter, guck mal. Ich blute wegen dem Busch. Alter, ein verficktes Rattenfickmaul. Stopf mir mein verficktes Rattenfickmaul. Mit diesem E-Bike. Oh, Junge, das fahr ich jetzt eigentlich kaputt noch? Ja, fahr das. Ich würde mal gerne wissen, in welchem Zustand dein Lebensjahr zu Ende gehen soll. Ichdessen, da lasst mich jetzt ruhig. Ich werd Pfeffi. 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 Ich war Pfeffi. Schöne Ferry! Ferry! Was sehen in dem Socker denn? Was soll ich verlenken, du sagst? Wir müssen sehen, dass er tot ist. Mein Name ist Melonius. Mein Name ist Melonius. Geh mal ein Stück. Schau mal her, ja. Geil. Rico, geh! Schon heiß, so. Mir ist schlecht. Die Melone schmeckt mir aufgepackt. Mir ist schlecht. Ja, das ist die Melone, die ist gut. Ja, das ist die Melone. Das ist schlecht. Los! Los! Hey, Max! Schau! Ich hab jetzt ein Stück aufgewiesen. Mir geht's noch nie besser. Ja. Möchtest du noch mehr Schokolade? Was? Ich möchte noch mehr Seelenfrieden. Möchtest du so Musette-Milker-Schokolade oder irgendwas haben? Ich möchte mehr Seelenfrieden. Ich schenk dir Schokolade. Ich schenk dir Schokolade noch. Danke! Errico! Errico! Ja! Ich schenk dir auch noch. Danke! Ich bin völlig zu. 해� Punch Iiu! Ich kann nie. nee, vielen nee, vielen cold man! Herr PLÖDENMANN! Ich kann nie mehr. Film man! Ich kann nie mehr spielen! Du kannst das, du musst das. Es ist dein Geburtstag. Wasser schön. Danke für die Wassermelone. Kino hat die geholt. Kino ist ein Feiner. Hast du noch Wasser? Ja, hier ist die Biermelone. Moni, Köpler ist Moni. Das schmeckt überraschend lecker. Ich muss kotzen. Dann kotzen. Aber kotze auf meinen Spaß. Los. Alles gut? Alles gut? Schiff höre ich zu. Schiff, warte, komm mal her. Alles gut? Erzähl mal deine Sachlage. Ich bin am Ende. Warum säust du so viel, Junge, dass du nicht mal Geburtstag hast? Ich bin am Ende. 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 Ja, es ist so richtige Schender Geburtstagsschimmung. Ich bin froh, dass ich heute noch besser bin. Warte! Wie viel? Eins. Ich bin egal. bei dir? Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Hey Alter, wisst ihr was? Ich bin gemerkt? 20 Packungen Wasser-Eis. Oh, nee! 20 Packungen! Aber das ist alles, muss man das einfügen? Zehnmal, also vierhundert Wasser... Oh ja, Lutsch! Lutsch! Lutsch schonmal, Moni, Lutsch! Lass doch mal einen filmen, Alter! Nein! Nein! Ja, Ex! Ex! Ja, warte! Warte, hier, hier, hier! Mach mal raus, mach auf! Das geht damit, das geht damit! Gib mal den, Osler! Gib mal den, erst mal schnell! Ja, bitte! Danke! Hier! Nein, ich hab's selber noch! Warte! Nein, komm, weg! Nein, du Sau! Ex! Ex! Okay! Ex! Okay! Warte, David, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja jetzt für ein Cendo übernehmen! Ich hab'n Body an! Deswegen... Warte nochmal, lass mich doch mal! Warte mal, warte mal! Dem in Cognito geht's nicht so gut! Dem in Cognito geht's nicht so gut! Ja, komm mal mit! Ich bin jetzt in Cognito! Warte, 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 warte! Boah, Alter, das war riesig schwer, dass du! oh Jaaa! Oh Junge! Moni! Moni, 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 Moni! Das ist echt! Boxen, spring ein! Boxen, spring ein! Jaaa! Jaaa! Sau, Flöke, Sau! Denkel drauf! Wirf! Alles Gute! Das ist ein Stück Scheiße! Alles Gute zum 40. Geburtstag, du Fotzer! Das frennt in meinem Ohrge, Alter! Ihr Fotzer! Kann nur besser werden, wenn's neue Jahrzehnte losgeht! Alter!